hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play bravely default wir sind jetzt endlich wieder hier bei den schildträgern und haben dieses gift pröbchen bei uns we are in your debt i'll have our physician start researching how to make a neutralizing agent wait would you consider destroying that sample now i understand the need for a cure for the poison but i would like you to dispose of that sample find a method that ensures it can never again be used you can incinerate it in the lava yes i see if there is no danger the toxic mist will be used again then we have no need to neutralize it that would also remove the temptation to use the sample to turn the tables on our enemy i do not have the resolve to say with full confidence that we could prevail without it therefore i will gladly do as you ask win best let us throw this master sample into the lava i thank you for accommodating my request i am happy that my words fell on wise ears commander goodman we have trouble what's wrong it's the enemy they've launched a full scale assault that's we have done with tremendous force we may not be able to hold the line if they keep this up you seem to okay up to now bro what happened Sie haben angefangen mit Mithril-Ammunition zu benutzen. Mithril? Vor ein Jahrzehnten, der Krieg hat den Mithril-Mind erarbeitet. Es gab etwas in meinem Journal darüber, um zu denken. Es ist... Hier ist es. Mithril ist ein schweres Metall, refiner von Mithril-Or, Mind in Eisenberg. Über 80% aller Mithril in der Welt ist Mind in Eisenberg, wo es zu sagen, precious Orochalcum auch hat. Orochalcum ist ein precious Metall, uniger zu Eisenberg, und das schwerste Material im neuen Welt. Es kann sich nutzen, um produzieren Weapons und Armour der höchste Kraft, und es erläutert eine große Energie, wenn es zu hohen Pressen ist. Wir versuchen, die Minde zu verabschieden, aber die Schmerzen haben die Kinder gemacht, um dort zu arbeiten. Kinder? Ja. Ich bin sicher, dass du die Geschichte von Kanarien ausgesucht wurde. Die Schmerzen haben die Kinder gebeten, die sie zu verabschieden, und die Schmerzen haben, um die Schmerzen zu verabschieden. Die Schmerzen haben sie ausgesucht, Als wir versuchen, die Schmerzen zu retten, die Schmerzen haben sie als schmerzen, und sie sich in der Mitte verabschieden. Die Schmerzen haben sie zu verabschieden, um diese Schmerzen zu verabschieden, um diese Schmerzen zu verabschieden. Ich kann nicht glauben, dass die Schmerzen die Schmerzen würden zu solchen Taktik steuern. Es ist despachlich! Wir können sie nicht wegschieden. Wir müssen etwas machen, um die Kinder zu retten. Was sind wir dann? Wir müssen die Mithril-Mindel zurückkommen. Die Mithril-Mindel sind mit Schmerzen zu retten. Es wäre schmerzhaft, die Russen ohne Unterstützung zu retten. Auch so müssen wir actionieren. Du kannst die Mithril-Mindel fokussieren. Wir werden die Kinder, die sie dort benutzen. Was kann ich dir helfen? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich werde dich auf die Schmerzen der Schmerzen von der Schmerzen. Es gibt cauer 4.000 Soldaten in diesen Land. Sie sind in etwa 5 Units, die wir kennen. Der erste, ein Units ledet von der Schmerzen, der Schmerzen der Schmerzen. Sie sind eine kraftvolle, elitische Truppe. Der nächste ist die Units, die 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 Städte aus der Schmerzen verabschieden. Sie sind ein sehr gefährliches Bord. Entschuldigte für die Schmerzen. Sie sind auf der Schmerzen auf die Schmerzen. Sie sind oft angesichtsversch�lich auf die Schmerzen. Aber nach dem Helferzimmer hat sich gezeigt, haben es auch den Schmerzen zu sehen. Die Schmerzen wurden in der Schmerzen. ich wahrscheinlich der pirat Das klingt seltsam. 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 Okay. Das klingt seltsam. 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 sehr interessant und deswegen hetzen wir mal zu diesem wenn ich es richtig sehe dass diese schwimmende stadt die kann uns bestimmt da weiterhelfen haben wir geist schon beiden schon identifiziert und du kannst nichts ach so ja wir haben keine regeneration fluch hoffentlich können die damit ach du schande und hier ist man auch kurz am ende und dann haben wir mal wieder was geschafft keine aufstiege nichts aber die geister die geister die uns riefen so betreten wir mal dieses häuschen weil ich glaube ich hier drin gibt es jetzt hier einen typ zum speichern ne ne speichern müssen wir also außerhalb gut dann war es das auch wieder für heute ich wünsche euch noch einen schönen tag und hoffe wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin auf wiedersehen ein Herr hi はい Untertitelung des ZDF, 2020